Jetzt hier den Karton. Der sieht schon mega fresh aus. Karton. Meine besten Schuhe der Welt. So, jetzt mach ich mal einmal auf. Hoi, meine Freunde. Hier ist Memo27. Wieder am Start mit neuem Video. Ja, Leute. Ich bin ein bisschen Omegler. Ein bisschen rumflachsen auf jeden Fall. Meine Nase. Okay. Und auf Omegler. Heute ist der Tag, wo ich meine Schuhe zeigen werde. Habe ich auch auf Instagram reingepostet. Und werde euch jetzt meine Schuhe zeigen. Meine besten Schuhe der Welt. Ja, moin, meine Freunde. Und zwar, ich habe den Karton jetzt hier neben mir. Und werde jetzt einfach meine Schuhe zeigen. Und ja, und echt, ich weiß den Namen nicht. New Bali. Okay. So, ich habe jetzt einfach, ich habe aber jetzt hier den Karton. Der sieht schon mega fresh aus. Karton sieht schon mega fresh aus. Und ja, das ist die Marke. N und B. So, jetzt mache ich mal einmal auf. Das sind die Schuhen. Digger. Digger, das sind die Schuhen. So sehen die Schuhen ungefähr aus. Und ich hoffe, euch gefällt es. So sehen die Schuhen aus. Tut mir leid, wegen meinem Zimmer. Ist ein bisschen dreckig. Aber egal. Meine Socken stinken. Auch egal. Äh, ja. Sieht mega fresh aus. Also, sieht aus wie eine Socke, finde ich. Guck mal hier. Sieht aus wie eine Socke hier. Und diese Schuhen wollte ich schon immer haben. Eigentlich. Eigentlich. Aber nicht eigentlich, sondern eigentlich so. So sehen die Jungen ungefähr aus. Und mega fresh. Alles mega nice. Ja. Unten ist auch mega fresh. Und hier unten. Warte. Hier unten steht hier was drauf. Ähm. Größe 39,5. Hab ich. Wenn natürlich viele von euch fragen. Und ist auch mega gemütlich innen drin. Halt's Maul. Ich finde es einfach richtig nice. Ja. So sieht das ungefähr aus. Halt die Schnauze. Ich packe mal wieder aus. Ich packe das mal wieder aus. von meinem kanal screenshot zu machen und auf euren seite zu posten auf euren eigenen seite auf euren eigenes instagram seite und macht das einfach dann bekommt ihr auch zwei schienabellas und ja gönnt euch das leute gönnt euch das warum nicht ne ja dann sei euch mal bis bald wir sehen uns irgendwann hoffentlich wieder